Ah, wie der Felix, wie der Felix. Ich muss mal aufpassen, dass ich eine Person aufsaufe. Na komm, Pipsi! Um, mal auf. Ich kann. Mal auf. Puysi. Schau, die haben wir nicht erwischt. Hier gibt es jetzt Gummi. Hier kommt sie wieder vom Sofa runter. Ich glaube, da könnte ich heute Abend fragen, ob sie Hunger hat, da wird sie nur mal einen müde Kopf heben. So steht viel auf. Hier ist ganz schön flatt auf ihren groben Beinen. Ja. Hörse, Maus. Lilly. Das sieht aus. Mama. Wie zum R Hop hin. Alles. Tschüss. ерж. . . Vielen Dank.